Herzlich Willkommen liebe Abonnenten, ich bin's wieder, euer Robert. Heute geht's los mit dem Road to Commander Black Ops 2. Und dann würde ich sagen, wir schnacken gar nicht lang und starten die erste Runde. Mit hier haben wir ein paar Level steigen können. Geht doch sofort los. Wie ihr das seht hier. Wollen wir gleich mal gucken. Oh, in einer laufenden Runde drin gepimmelt worden hier. Aber ich denke mal, wir müssen hier sowieso erstmal alles einstellen. Stick Belegung, Taktik, ist klar. Hä? Was ist denn das jetzt hier? Kontrolle, ach da. Taktik. Machen wir auf 8. Dann haben wir das schon mal. Und dann sollte, oh ne, das ist mir zu doll. Also, muss ich ein bisschen runterschrauben. Auf 6. Und dann haben wir das auch schon mal. Geht ja hier alles wieder komplett von 0 los jetzt. Müssen wir uns erstmal ein bisschen einzockeln. Nicht einzockeln, aber... Oh, weckes Sniper. Geht schon gut los, hier. Ich muss den Ton mal ein bisschen leiser machen. Füttert hier zu laut. Das wollen wir ja natürlich auch nicht, ne? Zack, dann haben wir den ersten schon. Boah, ganz miese. Das muss die Leute stumm machen. Das wollen wir auch nicht, ne? Dass wir irgendeine Leute hier hören andauernd. Zack. So, den haben wir auch. Schlechtes eh, weiß ich. Den haben wir auch. Oh, den haben wir auch. Ein bisschen Schwein gehabt, muss ich ehrlich sein. Und dann wollen wir doch mal sehen hier. Ob wir... Hä? Boah, alter. Drohne. 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 Drohne nähert sich. Hä? Ah, Misty. Geh doch rüber, da, Mann. Hä? Wo ist denn der nur hin? Wir hatten doch hier eben, ein Gegner. Hä? Wir haben wohl abgehauen jetzt. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, Glück, er hat er. Weiß nicht, warum der ja jetzt nicht weiter geschossen hat. Hätte er mir eigentlich gekillt, aber... Kommt mir ja zugute. Kommt mir ja zugute. Warum diskutiere ich da? Jetzt muss ich mir jetzt mal ein paar Perks zusammensammeln. Und alles. Wenn ihr nachher hier durchstarten könnt. Das ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Blitzschlag, den hauen wir einfach mal hier rüber. Zack, zack, zack. Zack. Dragonfire haben wir jetzt. Die hauen wir natürlich raus. Wir nur gucken, wo wir hier Gegner haben. Natürlich, ne? Ist natürlich klar. Zack, da haben wir schon einen. Boah. Ja, die Dragonfire hier bei Black Ops 2, die ist natürlich alles andere als schön, ne? Das Ding, das schluckt ein paar Kugeln und dann war das, also... Nicht sonderlich schön, sag ich mal. Den haben wir. Läuft sogar ganz gut hier, würde ich doch mal behalten. Überhaupt den... Schwein gehabt. Ja, da hängen wir noch eine Runde hinten dran. Und dann läuft das Road to Commander doch schon mal ganz gut. 14,2. Ich kann nicht meckern. Level 3. Das reicht noch nicht, um mir eine ordentliche Waffe zusammenzufummeln hier. Das langt mir noch nicht. Gucken wir einfach mal weiter und dann geht das schon. Aber Level 3 kann man doch schon mal gar nicht meckern, sag ich mal. Ja, hier mein Emblem, was ich auf der Schnelle mal erstellt habe. Entschuldigung. Hier, jetzt könnt ihr das nochmal sehen. Dann habe ich auf der Schnelle mal erstellt. Ganz simpel. Verwerfen, so. Klassen-Video geht erst ab Level 4. Also nach der Runde. Jetzt seht ihr dann beim nächsten Mal Zufall. Und dann machen wir noch eine Runde. Und dann war es das schon von der ersten Folge. Roberts Road to Commander BO2. Ja, wie ich nochmal sage, jetzt einfach nochmal. Ich musste Ghosts abbrechen, weil ich immer wieder auf Level 1 zurückgesetzt wurde. Was ich nicht verstehe, warum. Hallo. Sei ruhig. Ja, weil ich halt immer auf Level 1 zurückgesetzt wurde. Ich weiß wirklich nicht, warum, woran es lag. Ich weiß es nicht. Oh, ich hätte das jetzt machen können. Putana. Na, ist egal. Ja, machen wir jetzt halt Black Ops 2. Ich hoffe mal, ihr findet es nicht ganz so schlimm. Ich hoffe es natürlich, wenn. Ich kann wirklich nichts machen. Ich werde immer von Level 1 anfangen. Das ist ein bisschen doof. Das wollt ihr doch, denke ich mal, auch nicht. Kommt wirklich ein bisschen beschissen. Ich versuche jetzt hier mal zu Snipe. Snipe, 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 Snipe. Was ich nicht sehr gut kann. Aber das werdet ihr gleich selber sehen. Kommt hier schon irgendwie was gegnermäßig? Ich sehe nichts. Da mal eine Mine hinschmeißen und da. Oh, das war keine Mine. War es egal. Hä? Zack, da haben wir schon einen. Erwischt. Alles stumm machen hier. Oh, ja. Ach, weil ich dir jetzt stumm gemacht habe. Egal. Was passiert. Das ist jetzt nicht ganz so clever, was ich hier mache. Ne, das snipen, das lasse ich wohl mal lieber sein. Das ist nicht ganz so doll hier. Oder ich bin zu doof dazu. Will ich jetzt nicht weiter erläutern. Oh, ein Arzisst, ey. Ist auch bescheuert. Oh, mein Gott, ey. Ja, das snipen, das bin ich echt nicht der Held drin. Für uns einfach nur mal probieren. Und ich hab's probiert und kann es nicht. Und da kommt natürlich gleich... Ja, die Spawns manchmal hier. Ah, was hat der denn für eine Tarnung, oder? Ist das ein Cheater, oder was? Ja, das ist wirklich hart. Hier snipen sie alle sich gegenseitig weg, ey. Die ganzen Bratz, ne, ey. Boah, der was die hier schlucken teilweise. Das ist so hard. Da fehlt mir auch sämtliches Verständnis für. Aber naja. Ich hab's jetzt angefangen, werd's auch durchziehen. Aber das eine oder andere Mal werde ich meine Stimme ein bisschen anheben. Weil ich dieses Game einfach nicht verstehe. Wie die hier manchmal die Kugeln schlucken, also... Habe ich echt kein Verständnis für... Wie ich das schon das letzte Mal sagte... Boah, alter. Ist das heftig, ey. Ja, da knallt er mich wie hier weg. Zack, den haben wir. Schmeißen wir da mal eine Granate rüber und so ein Ding noch und noch ein Ding. Und irgendwas sollten wir ja denn hier, wenn hier was ist, hier an Bullen. Und dann haben wir auch getan. Aber mit massig viel Lucky Punch hier. Oh, das war mir doch wieder klar. Dass der wieder von hinten kommt, der... Ah, nee. Das hasse ich hier so. Das sind glaube ich die verkackten Sporenpunkte oder so. Ich weiß es nicht. Ah, der hat die Dat gerade gesehen. Dat ist Dat, warte, ich verstehe bei Black Ops 2, dass die hier so extrem viele Kugeln schlucken. Kannst du nicht sein? Alter, ja, kommt der nächste um die Ecke. Ach ja, Freunde, hat es Black Ops 2, ich verstehe es nicht. Oh, fuck, Alter, ist das heftig, ey. Oh mein Gott, ey. Bitch. Lass mich doch mal durch hier, ey. Kann doch nicht wahr sein. Oh, nee. Also nur wird es peinlich. Jetzt wird es eine richtig beschissene Runde. Aber was soll's. Kann er halt nicht immer klappen, ne? Ist ja nun mal so. Den Wechsel haben wir noch. Gehen wir noch eine einigermaßen ausgeglichene Runde hin, sag mal. Zack, den haben wir auch noch. Den flotten Otto hier. Ah komm, den nehmen wir auch noch mit. Kriegen wir den vielleicht auch noch? Durchlöchert. Ha, du hast gedacht, kannst du mich verarschen, ne? Aber da kannst du vergessen, dann gib du dich nicht mit mir, ey. Da kannst du dir einen anderen blöden suchen. Der hat ja auch wieder geschluckt, ey. Unglaublich, meines Erachtens. Nee, 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 also. Da weiß ich nicht, was ich hier... Nee, also. Naja, was soll's. Ich wiederhole mich hier, ne? Tut mir leid. Da hast du mir wirklich unbegreiflich, warum die hier teilweise so viele Kugeln schlucken. Steht mal... Oh, was war das? Ah, Dragonfire. Und ich seh sie, Nigga. Das Ding nur zerstört? Nee, ist es nicht. Oh, ist das ein mieses Scheißteil, ne? Einfach mal kaputt gehen, der Teil. Zack, die haben wir beide. Scheiß, Dragonfire fliegt hier immer noch rum. Ich hab dich. Boah, den Letzten kassiert. Schade, schade, schade. Naja, ist egal, Freunde des gepflegten Zockens. Was willst du machen, ne? Der hat mich aber gut erwischt, muss ich echt sagen. Der hat mich richtig gut erwischt. Naja. Kann halt nicht immer klappen, ne? Aber 25, 16 noch zum Ende, das sollte doch denke ich mal gehen. Vielleicht ein paar Tode zu viel, aber... Das lässt sich... Da lässt sich drüber streiten, sag ich einfach mal. Und ich geh jetzt mal raus. Und dann verabschiede ich mich von euch. Und sage bis zur nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüss